Switch! 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 Und jetzt aus dem virtuellen Heute-Journalstudio das Gundula Klaus mit Journal Kleber und Heute Gause. Guten Abend, meine Damen und Herren zum Heute-Journal. Guten Abend. Was sich heute in der FDP-Zentrale in Berlin ereignete, hört sich unglaublich an. Als Guido Westerwelle nach stundenlangem Verhandlungsmarathon sein Hemd wechselte, machte er eine unheimliche Entdeckung. Die Schweißgrenze auf seinem Rücken hatten die Umrisse von Jürgen Möllemann. Seitdem hat sich der FDP-Chef unter seinem Bett versteckt. Aus Berlin berichtet Peter Hane. Äh, Regie, wie machen wir jetzt weiter? Äh, keiner mehr da, sind alle zu Tisch. Ähm, wie, die sind alle zu Tisch? Ja.